BMWi steht immer für Pioniergeist und BMWi muss auch immer weiter und jenseits des Erwarteten sein. Mit dem E-Next Vision haben wir ganz bewusst versucht, mit gewissen Dogmen zu brechen, um eine neue Interpretation von Automobilbau zu zeigen, nämlich eine sehr menschliche. Ich war in Mexiko-City und mein Vater hatte einen Rang. So, every time we had a chance, we went there riding horses. I left Mexico when I was 23 years old, and I studied in Detroit, then I went to Austria, Italy, Los Angeles, and now Munich. Actually I don't have a physical favorite place, but I do have a favorite feeling. And I have that feeling when I ride a horse. This really transports me to my childhood, to my home, my family, and it also reminds me of who I am. For me colors are almost like everything. My favorite space is definitely somewhere at the beach. This gives me completely a fulfillment, and especially if I'm then there with my friends, it feels as if I'm free, as if I'm released from everything. I get a lot of new inspiration, I always get good ideas at the beach. I really love it. As a child, I was building things from my own ideas. I started with like small boxes. It's developed to more and more advanced things, to houses, airplanes. When I get into this flow or the feeling of building, creating something, I could really disappear. And I think maybe this was a feeling thereof they're starting to look for, you know, having this feeling of I did something from nothing to finish. Kreativität ist sehr kräftezehrend, weil man sehr viel Persönliches von sich gibt. Und dafür braucht man Inspiration und Energie. Und diese Energie, die bekomme ich, indem ich an Orte wie diesen komme und auflade und mich glücklich schätzen kann, überhaupt am Leben zu sein in so einer schönen Welt. Ein autonomen fahrendes Auto bietet völlig neue Möglichkeiten. Es geht nämlich darum, Lebenszeit zu gewinnen. Dafür haben wir eine neue Art der Bedienung und des Wohlfühlens, des Genutzes im Fahrzeug kreiert. Wir versuchen, es zu machen, als wäre es in deinem Wohnzimmer und sicherzustellen, dass die Fahrzeugen sehr komfortabili sind. Alle Objekte in der Fahrzeuge sind als eine Single Fünfte. Es sollte beinwärtig sein, um die Gespräche zu beginnen, und viele Dinge, die man muss herausfinden. Vielleicht muss man einen zweiten oder einen dritten Mal sehen, bevor man sie selbst sehen. Es war natürlich unglaublich, um ein Projekt zu arbeiten, wo man so frei ist. Man sieht Farben, die normalerweise nicht in der Automotive-industrie verwendet wurden. Wir wollten ein sehr warm und kohzi-konzept erreichen, das sofort verbunden hat, um es zu sitzen und es komplett entschuldig fühlt. Wir haben also eine Idee, um diese sehr schöne Nude-koller zu nutzen, in kombination mit dieser warm, grün, turquoise, ein bisschen wie eine aqua-koller zu finden. Und dann versuchen wir die Materialien zu finden, die wir hier fitten. Die müssen modern sein, also wir haben eine Microfiber. Und wir kombinieren es mit ein Jacquard. Ein Jacquard ist eine sehr schöne, traditionelle, alte Technologie. Und diese sehr interessante Kombination von etwas aus dem Vergangenen, aber auch Dinge in den Neuen Welt, die wir kombinieren, creates diese tension zwischen den Materialien. Die Auto ist ein sehr emotionaler Auto, aber es wurde erreicht, mit viel simplicität. Alle einzelnen Linien müssen da sein. Es muss da sein. Es gibt keine Decorativen Linien überhaupt. Das Vision Eye Next macht es auf eine ganz neue und besondere Art, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wir haben hier eine Technologie, Shitec, wie wir es nennen, in der Hightech nur sichtbar wird, wenn man es benötigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik hören möchte, reicht es schon, eine Note auf den Jacquardstoff zu zeichnen, damit das Auto erkennt, ich möchte Musik hören. Die Art dieser Eingabe ist eine ganz spannende Kombination zwischen einer hochmodernen Technologie und auf der anderen Seite eine sehr magische, antitechnische Art, eine Eingabe zu machen. Die Frage ist natürlich, wieso wir bei BMW glauben, die Zukunft besser vorhersehen zu können. Ehrlich gesagt können wir es gar nicht. Aber alle Mitarbeiter vereint eine große Leidenschaft für BMW, aber auch für Mobilität. BMW hat sich schon in seinem hundertjährigen Bestehen immer wieder neu erfinden müssen. Der Vision Eye Next macht das heute, indem wir eine Komponente in ein Fahrzeug bringen, die man so vor allem nicht von BMW erwartet, aber auch in der Autoindustrie noch nicht von dieser Seite betrachtet wurde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.